Damit Roboterstaubsauger nicht plötzlich orientierungslos auf der Stelle drehen und Handys auch funktionieren, wenn hunderte Apps installiert sind, ist er vor der Serienfertigung am Zug. Armin Biere ist Fehlersucher. Er sucht nach Fehlern in Hardware-Entwürfen elektronischer Bauteile. Die müssen die Fehlersucher finden, damit Endgeräte zuverlässig funktionieren können. Wenn man programmiert, weiß man, dass man eigentlich immer nur gegen die Fehler kämpft. Und mein Hauptgebiet ist eigentlich hier zu vermeiden, bevor man den Chip wirklich hat, im logischen Design, im Wurf vom Chip, diese Fehler zu finden, beziehungsweise zu finden, wo denn die Ursache ist und die Ursache dann zu eliminieren. Fast alle technischen Geräte beinhalten heute solche Chips. Eigentlich sind sie kleine Computer. Nicht nur Handys, sondern genauso Radioempfänger, Küchenmaschinen oder natürlich auch Autos. Ein Auto ist ein Computer, hat, keine Ahnung, 50 Prozessoren drin und es werden immer mehr, also durch diese Idee, dass die Autos automatisch fahren. Und da gibt es natürlich Dinge, die, was weiß ich, der Airbag darf nicht auslösen bei 120 auf der Autobahn, wenn kein Unfall passiert. Und solche Geschichten kann man erklären. Bis die Betriebserlaubnis erteilt wird, muss natürlich genau nachgeschaut werden. Und dabei macht die automatische Fehlersuche Fortschritte. Anschaulich wird das an Rechnern, die Strategien im chinesischen Brettspiel Go perfektionieren. Das Spiel ist deutlich komplizierter als Schach und trotzdem haben menschliche Spieler keine Chance mehr. Google hat gezeigt, dass es nicht notwendig ist, menschliche Partien herzunehmen, aus denen dann der Rechner versucht abzuleiten, was ist denn eigentlich schlau. Also was haben die Menschen in Jahrtausenden, seit es dieses Go gibt, herausgefunden? Da hat Google einfach dieses Programm gegen sich selbst spielen lassen. Und dann hat dieses Programm gegen sich selbst gespielt und selbstständig dann gelernt, was sind denn eigentlich gute Positionen. Jetzt ist man so weit, dass man sagt, ein Programm kann eben die Regeln von dem Spiel selbstständig lernen, kann dann gegen sich selbst spielen und zum Schluss dann besser spielen als jeder Mensch. Die Fehlersuche in integrierten Schaltkreisen geschieht vorläufig noch mit menschlicher Hilfe. Sogenannte Sattlöser spüren logische Widersprüche unter hunderten Millionen von Variablen auf. Bei Wettbewerben bewährt sich Armin Bieres preisgekröntes Fehlersuchsystem KISSAT immer wieder aufs Neue. In den letzten drei Jahren hat der Sattlöser KISSAT alles abgeräumt. Gerade im 2022 waren die Top 10 Werkzeuge alle basierend auf diesem KISSAT. Man muss dazu sagen, wenn man so ein Werkzeug veröffentlicht, dann ist das Open Source. Nächstes Jahr kann man die ganze Welt das benutzen. Eingesetzt bei Amazon, bei Intel und wir sind hier ganz vorne dabei. Die gründliche Fehlersuche in Hardware-Entwürfen steht vor aller funktionierender Mikroelektronik. Die Freiburger Professur für Computerarchitektur entwickelt ihre Algorithmen dazu ständig weiter. Die Freiburger Professur für Computerarchitektur. Die Freiburger Professur für Computerarchitektur. Die Freiburger Professur für Computerarchitektur. www.kiss-er-cible- 앉-mach-college. Die Freiburger Professur für Bloggerichtterktur. Die Freiburgerナども verabiliert sich um dieele der Schiffinstege. Vielen Dank.